Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dann heute von mir ein kurzes zum Google App Maker, zu meiner Person. Mein Name ist Micha Kops, ich arbeite seit ein paar Jahren bei Sabat Media als Softwareentwickler und Architekt und bin vor kurzem mal über den Google App Maker gestolpert und freue mich Ihnen, den App Maker im Folgenden kurz vorstellen zu können. Vorschlag dazu, weil wir auch so ein bisschen knapp in der Zeit sind. Ich mache jetzt einen etwas schnelleren Durchlauf über die groben Funktionalitäten und Funktionen des App Makers und biete im Anschluss daran die Möglichkeit, vielleicht auch mit einem Tisch, zum einen Fragen, die jetzt vielleicht aufkommen, zu sammeln und abzuarbeiten und zum anderen auch vielleicht Hands-on tatsächlich mal mit dem App Maker ein bisschen herumzuspielen oder sich eine der Demo-Anwendungen, die ich mal gebastelt habe, direkt anzuschauen. Ich stelle kurz ein paar Basics vor, was ist der App Maker, was sind Vorteile, was sind jetzt spezielle Features, die insbesondere interessant sind und was muss man tun, um den App Maker auch ausprobieren zu können, natürlich neben der Tatsache an den Tisch später zu kommen und vielleicht auch noch einen kurzen Ausblick am Schluss. Ja, generell der Google App Maker ist ein Werkzeug zur Erstellung von Anwendungen für Googles G Suite, vermarktet sich selber auch als Low-Code-Tool, sprich, also ich muss kein Entwickler sein oder mehrere Programmiersprachen beherrschen, um Anwendungen in einer relativ schnellen Zeit erstellen zu können und das erlaubt es auch relativ schnell, diesen Weg von Prototyp zu etwas, was ich im Unternehmen auch nutzen kann, zu bewerkstelligen. Ja, Vorteile, einfache Bedienung, keine Programmierkenntnisse. Es ist relativ einfach, die wirklich sehr große Bandbreite an Google-Diensten, die jetzt die G Suite-Produkte als auch die Google APIs bieten, anzubinden und auch anzusteuern. Da allerdings muss man teilweise programmieren können, als Disclaimer. Änderungen, das sehen wir auch später noch in einem Screen, Screen-Änderungen, die ich jetzt in der Entwicklung einer solchen Anwendung vollziehe, wird automatisch versioniert. Das ist ganz bequem, da kann ich dann auch Änderungen rückgängig machen oder wenn ich vielleicht Fehler eingebaut habe, würde ich jetzt zurückspringen. Datenmodellierung und auch die Modellierung von Relationen zwischen Daten ist auch etwas, was der App Maker grafisch quasi implementierbar macht. Und natürlich ein großer Vorteil ist, dass ich jetzt im Kontrast zu klassischer, sage ich mal, Anwendungsentwicklung, wo ich mich um die Serverlandschaft und darunter liegende Plattform und Infrastruktur kümmern muss, mir das charmant abgenommen wird an dieser Stelle. Genau. Das sind die Features, auf die ich jetzt kurz im Speziellen eingehen werde, weil sie so ein bisschen auch die disjunktiven Merkmale des App Makers darstellen. Model Editor zum Definieren meiner Datenmodelle. Datenmodelle heißt jetzt nicht nur Datenmodelle im klassischen Sinn, sondern auch Verzeichnisdienste zum Beispiel. Also wenn ich jetzt auf die Mitarbeiter von Cybermedia zugreifen möchte, über den Verzeichnisdienst ist auch das die Stelle, wo ich das tun kann. Ja, Oberflächen und Dialoge kann ich im GUI-Editor handhaben und Scripting-Unterstützung erlaubt mir, Interaktionen zu steuern. Da steigen wir jetzt im Detail einfach mal ein aus Zeitgründen. Der Model Editor erlaubt es, einfache Datenmodellen, Relationen zu modellieren. Ich habe ein zwar reduziertes Set an Datentypen, wenn man das jetzt mit klassischen relationalen oder NoSQL-Datenbanken vergleicht. Zahlen, Text, Datumsangaben, Bullshit-Werte lassen sich im Browser definieren und auch, es ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber Mehrfachbeziehungen kann ich auch grafisch quasi modellieren. Hier habe ich irgendwie eine Zuordnung von einem Projekt zu mehreren Mitarbeitern. Das alles geht im Browser per Klick und ohne jetzt die Kenntnisse einer Programmiersprache oder relationaler Datenbanken. Im Seiten- oder in dem grafischen Editor kann ich jetzt das, was für den Benutzer natürlich als Oberfläche zur Verfügung steht und auch für die Eingabe und Datenerfassung dient, sehr bequem per Drag-and-Drop implementieren. Eine ganze Reihe vordefinierter Widgets von einfachen Formularen, die sich schon an die Datenmodelle, die im ersten Schritt vielleicht definiert wurden, sich binden lassen und sich damit befüllen. Bis hin zu Google Maps-Integrationen oder ähnlichen Dingen kann ich dort per Drag-and-Drop arrangieren und so die Oberflächen relativ schnell zusammenstellen. Scripting-Unterstützung. Irgendwo muss die Interaktion herkommen. Die Widgets alleine machen die Arbeit natürlich nicht. Ich kann mit Scripts zum einen die Interaktion natürlich zwischen Benutzer-Interface, Fachlogik und auch meinem Datenmodell steuern und ich kann natürlich auch die Dienste, die ich im Endeffekt von Google im Hintergrund nutze, damit adressieren. Und wir unterscheiden hier in Client und der Code-Editor ist vielleicht auch noch ganz spannend. Das Ganze basiert so ein bisschen auf den Google-App-Scripts auch. Das heißt, wenn ich jetzt mich in dieser Tool-Landschaft bewege, habe ich in dem Code-Editor auch eine gewisse Tool-Unterstützung in Form von Autovervollständigung, einfachem Syntax-Highlighting und ähnlichen Dingen. Unterschieden wird in Client- und Server-Scripts. Client-Scripts laufen im Endeffekt im Browser ab, sind so ein bisschen wie JavaScript im Browser, erlauben es, die Interaktion mit den Widgets zu steuern. Die Widgets, die ich jetzt in diesem ersten Schritt in dem GUI-Editor quasi für die Oberfläche meiner Anwendung hinzugefügt habe, werden auch als Objekte dort bereitgestellt, sodass ich ihre Eigenschaften dort durch Client-Scripts steuern kann und auf die klassischen Interaktionen auch ein gedrückter Button, ein veränderter Datensatz und Ähnliches reagieren kann. Natürlich muss man schauen, dass diese Client-Scripts im Browser ablaufen und sind natürlich daher für sicherheitsrelevante Operationen, muss man schauen, wo man sie quasi kapseln, wo man sie adressiert. Wie mit JavaScript natürlich generell auch in regulären Web-Anwendungen. Die Server-Scripts laufen, also die Server-Scripts generell erlauben den Zugriff auf die vielen Funktionen und Schnittstellen, die Google an sich bereitstellt. Server-Scripts laufen dabei zustandslos auf Servern, die jetzt für uns in diesem Rahmen erstmal gar nicht sichtbar sind. Die Nutzung der Google APIs unterliegt zum Teil natürlich quantitativen Nutzungsbeschränkungen. Also es gibt eine Liste von Quotas je nach Nutzungsmodell. Sprich, wenn ich jetzt eine Milliarde E-Mails über ein Remote, über ein Server-Script in einer Sekunde versenden will, dann erreiche ich vermutlich erstmal ein Limit. Diese Server-Scripts lassen sich von kleinen Scripts aus aufrufen, denn irgendwo muss die Brücke ja geschlagen werden zwischen GUI, Benutzerinteraktion und dem, was dann auf einem Server läuft. Und das funktioniert, indem das Ganze in einen, naja, Scriptrunner quasi gekapselt wird. Das sieht man oben so ein bisschen Zeile 10, aber da kommen wir vielleicht im Hands-on, wenn da Interesse besteht, nochmal im Detail drauf zu sprechen. Die Entwicklerkonsole überspringen wir aus Zeitgründen jetzt einfach mal. Versionierung ist noch ganz spannend. Änderungen, die ich jetzt tätige, also ich ändere Dinge an der GUI und ähnliches. Und Google nimmt mir jetzt die Arbeit ab und erstellt Versionen dafür, die ich dann in meiner Versionsübersicht einsehen kann. Ich kann diese Version auch mit Labels versehen, was es einem erlaubt, wenn ich jetzt eine vielleicht spezielle Version zum Testen oder einen speziellen Release-Kandidaten oder ähnliches erzeugt habe, dann zu kennzeichnen. Und ja, wenn ich Blödsinn gebaut habe, kann ich auch zurückspringen. Das ist auch ein charmantes Feature. Deployments. Ich kann, in den Deployments kann ich natürlich einstellen, wem ich jetzt meine Anwendungen zur Verfügung stellen möchte, ob ich es jetzt im Unternehmen ausrollen möchte, ob ich es jetzt global ausrollen möchte. Das Ganze integriert sich aber in das Gesamtsicherheitskonzept von Google ganz gut. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen schnellen Prototyp bei Cybermedia, sagen wir, ich würde gerne einen Return on Time Invested bei Ihnen abfragen wollen, für wie wertig Sie diese Präsentation gehalten haben. Dann könnte ich die jetzt mit dem App-Maker erstellen, würde vielleicht in Google Sites reingehen, das Ganze vielleicht dort irgendwie einbetten, mit vielleicht noch einem netten Titel. Und dann hätten wir im Grunde eine Datenerfassungsmaske, wo Sie diesen Vortrag bewerten können. Ging ja auch ohne Google Sites, denn die App steht auch dann unter einer etwas kryptischeren Adresse zur Verfügung. Ganz interessant, an dieser Ansicht ist auch noch die Tatsache, dass ich Daten, die erfasst wurden, zum Teil exportieren kann und es einen Log Viewer, also es gibt eine Protokolleinsicht, wo ich mir die Anwendungsprotokolle nochmal etwas detaillierter ansehen kann. Ausprobieren? Gut, laut meinem aktuellen Kenntnisstand ist es immer noch so, dass man sich für das Beta-Programm irgendwie anmelden muss, um den App-Maker testen zu können. Dafür ist der Einstieg, zumindest was jetzt die Quantität an Tutorials und hilfreichen Ressourcen angeht, sehr gut für den Einstieg. Also es gibt sehr spannende Tutorials, die Google gut auch dokumentiert hat und die auch durch teilweise einen angenehmen Schritt-für-Schritt-Charakter einen an die Thematik ranführen. Mit steigender Komplexität und das ist an sich ganz spannend. Wenn man jetzt generelle Apps mit dem App-Maker auch erstellt, gibt es auch eine Reihe von Templates, die Google anbietet. Also klassische Dinge wie Kopfbereich, Navigationsstruktur auf der linken Seite plus Basismasken oder ähnliches kann man dann einfach wiederverwenden und sich die Zeit dort teilweise auch sparen. Oberflächen sind übrigens teilweise auch noch per Cascading Style Sheets und ähnlichem Stylebar. Das hatte ich vielleicht noch erwähnenswert, wenn es gerade auch um Anpassungen an Corporate Design oder ähnliche Dinge geht. Ausblick, ja, der Ausblick ist spannend. Also für mich sind die Hauptpunkte natürlich, zum einen hoffe ich, dass der Google App-Maker weiterhin ein Produkt in Googles Portfolio bleibt und nicht den Weg des App-Inventors oder ähnlicher Tools geht. Ich hoffe aber, dass dadurch die Nähe jetzt generell zu den Apps Scripts und ähnlichen Werkzeugen und vielleicht auch dadurch, dass sich das Ganze auch so ein bisschen vielleicht als Abgrenzungsmerkmal zu Konkurrenzprodukten eignet, jetzt dem Ganzen eine längere Lebensdauer beschert ist und generell für die Entwicklung der Apps, je mehr Widgets, die direkt vielleicht auf Google Funktionen und APIs auch noch adressieren, später vielleicht noch zur Verfügung gestellt werden, desto schneller ist das, desto schneller lässt sich das Ganze, lassen sich Apps später auch von Prototyp in Entwicklungsphase überführen. Wir wollten am Schluss die Fragen, wenn ich, genau, genau, und damit sind wir am Schluss. Ich glaube, du kannst nicht direkt eine Frage erwähnen. Jetzt gerade nochmal zu der Verbindung Google Apps Script und diesem App-Maker, also wir entwickeln viele Sachen mit Google Apps Script, das gibt es ja seit zehn Jahren, also das Produkt ist zumindest sehr lange, hat eine sehr lange Haltbarkeit. Gibt es da jetzt eine Verbindung auch, dass man irgendwie im Sinne Transformieren oder im Sinne auch andersrum, was man mit App-Maker gemacht hat, kann man das irgendwie auch wiederfinden in den Editoren, die man üblicherweise mit Google Apps Script verwendet, also wie hängt das zusammen oder ist das völlig isoliert? Ich habe es nicht ausprobiert oder so, also mir fehlen da die Erfahrungen, ich denke aber, dass technologisch die Apps Scripts natürlich gerade auch die Grundlage für den kompletten Scripting Part sind und dass der Google App-Maker vor allem halt, ich sage mal, das, was das schnelle Prototypen der Benutzeroberflächen und der Datenmodelle anbietet und der Scripting Part tatsächlich zum großen Teil halt, also... Also ich kann keinen Knopf drücken und sehe das dann plötzlich als Google App-Script ohne den App-Maker, das geht nicht, oder? Das wäre toll, also... Also wir haben uns auch schon den App-Maker jetzt im Einsatz halt für einzelne Applikationen. Der wesentliche Unterschied, das ist aus meiner Sicht, ist einfach, dass du bei dem App-Maker halt sagst, okay, zentrale Applikationen, die das für das ganze Unternehmen halt als Web-Applikationen deployen willst, die stellst du im App-Maker bereit. Alles andere, was du an Applikationen baust oder was einzelne, ich sage mal, kleine Workarounds, Hilfestellungen sind, die machst du auf dem App-Script. Du könntest aber jedes App-Script in den App-Maker übernehmen, quasi als Teil dessen, aber du kannst es nicht, also zurück kannst du es nur, indem du halt sagst, okay, da ist halt der Code im App-Maker irgendwie drinne und du nimmst ihn und packst ihn dann in den App-Script rein und führst ihn im App-Script dann aus. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, ja? Also aus meiner... Aus der Scripting-Ecke kommt... Aus meiner Sicht ja, also gerade bei uns viele einzelne Nutzer, die irgendwie ziemlich gute VBA-Kenntnisse haben oder so, die bauen mittlerweile einzelne Applikationen, wo sie halt einfach sagen, okay, ich kann damit einfacher meinen Workload installen. Danke. Gut, dann. Vielen Dank.